herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft jump league mit selux hd hallo hallo ja so ein neues gesicht auf dem genau so gesicht ja nicht aber eine neue stimme ja zumindest der macht auch videos minecraft es ist ein squid habe ich gesehen es genau ja und halt alles auf schweizerdeutsch also ja wenn du gebürtiger schweizer bist ja alles auch nicht also ich möchte eigentlich format haben minecraft am montag ist schweizerdeutsch und am mittwoch hochdeutsch ja weil ja schweizer ich schaffe den ersten teil schon nicht nein ich nehme dir was mit ich nehme dir was mit so da ist gleich von dem ich finde das auch schön die haben neue module halt extra für weihnachten auch wenn weihnachten jetzt vorbei ist aber ich finde das super so schlecht bin ich auch nicht ja ist zwar das erste mal auf diesem server aber was soll ja ich bin ich mich eigentlich ganz gut vorne aber jetzt habe ich die glücksträne durchbrochen ich bin ständig so jetzt hier hoch was in der waffe habe ich schon aber sonst ja dass die holz axt hat man ja immer sollte ich dir auch mitnehmen kommt jetzt bin ich oben so hier ist nix mehr so hier noch auf den schwarzen schwarzen kohlen so perfekt mein gott du sei sie sind bei sie beim zweiten modul schaffst du es nicht ja ich komme weit aber dann immer die letzten letzten zentimeter nach so hier hoch perfekt das bin ich hier schon ganz schön war ich bin sogar erst super und ich bin einfach runtergefallen aus ergenert um hat ich glaube ich nehme den falschen weg könnte das sein da welchen ist das das mit dem adventskalen ja ja ich bin manchmal einfach besser wenn ich nicht das beste equip habe weil dann gehen nicht alle auf das stehen und ja mein gott der nach stein schwert perfekt gut ich habe eine stein axt bis jetzt das kann der schwert geben wenn du uns so jetzt aber außer wir finden uns nicht da kann ich und praktisch jetzt habe und ein bisschen essen ich bin gerade auch ein wenig dumm genau kein einziges modul muss ich ach so wo muss ich jetzt hier doch hier jetzt nein jetzt verstehe ich die mine kraft wird nicht mehr so jetzt aber schon langsam wird schon peinlich das ist ja egal naja ja immer beim gleichen sprung nein nein ein einfacher sprung auch noch weiter aber jetzt ich weiß nicht wo ich durch muss oder muss ich hier runter beim helikopter beim helikopter ach so da musst du einfach nur rund herum laufen einmal also nach links so mein habe ich das modul 8 ist zum verzweifeln ich sagst du okay und wieder runter gelassen da musst du zwischen so zäunern durch springen und das ist schwer ja das glaube ich es kommt langsam es kommt und ein vier sprung ja habs geschafft ich habe ein stein schwert sehr gut das war jetzt was ich bin nicht letzter letzter sprung ich bin einfach runter gelaufen ich hatte aber mal so eine runde da hat jeder beim ersten oder zweiten modul ist da werke nicht ist man nicht weitergekommen aber jeder ok krass überhaupt mein gott wer diese module einschätzt der frist auch kleine kinder wir sind wirklich manchmal einfach nur manche sind am schluss extrem leicht manche sind einfach extrem schwer so perfekt wie muss ich jetzt hier so geht das naja modul 9 bin ich schon mal gut ich bin bei vier glaube ich glaube ich glaube ich was ist dass ich ich bin bei 78 prozent und bei modul 9 schon so sind wir nicht so toll und hier hoch jetzt gehe ich die leid darauf zu machen jetzt diese eine zahl sprung der ist steinschwert habe ich auch und eine eisenaxt perfekt sind die gleich gut also von dem her ich equippe mich schon mal ein wenig weil 40 sekunden 40 sekunden nur noch ok ich glaube modul 6 bin ich jetzt ja ich bin relativ viel auf der community jump league solche sachen aber habe ich kenne halt die wo ich kenne ich überhaupt nicht wo ist jetzt mein steinschwert eisenaxt jetzt ganz nein zehn sekunden schaffe ich es nicht mit dem turm hoch ich habe schon vergessen schade na gut ich habe keine ahnung ich schon wo bist du weiterbrück ist gleich gelust er ist ein equipter aber man darf nicht doch man das schlagen trot am anfang war ich habe dich gesehen ist leider ist noch eine durch die aufnahme manchmal lecks achten doch einer ganz schön ja ich glaube schon ein wenig weg ich habe ihn ich kann nicht essen jetzt doch jetzt geht es aber ich komme ich komme ich komme ich komme und das tod da hinter uns hinter ich war ja ja ich bin ja ich muss noch ein bisschen schauen bist du da ist eine krippe und ich bin bei dir bei dir ich habe nur mein herz also du bist das perfekt kannst du kannst noch etwas gebrauchen achten ich habe nur noch ein leben da ist ein zweiter team komm kennst du das wenn man was haben wir uns gegenseitig aber ich habe gut 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 einer hat dem laufe ich gerade weg jetzt knapp ist dann noch hinter mir ja wo bist du bist du herum oder in der schlug oben da weg der erste ägypte kommt von hinten habe ich gehe drauf ich gehe drauf weg 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 komm her es geschafft bist du jetzt tot oder ja nein scheiße ich hatte ich sagte ich dann wenig kosten der ersten ägypter ja ich weiß der kommt aber ein wenig hackermäßig vorwalt ja manchmal schlägt einfach so in die luft aber essen ich muss unbedingt essen ich weiß noch nicht nein der hängt nicht denke ich habe nicht wo bist dann du da manchmal da kommt da ist eine kripte gewick 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 ich probiere es noch mal aber ich denke ich werde verlieren naja wenn du gut vergisst dass der vielleicht ging klar jetzt kannst du das war zu spät tot tot verloren ja egal das war gut so bis noch eine zweite runde und gut ja machen wir gleich eine zeit ja wir sehen uns gleich so hier sind wir gleich in der nächsten runde gehen auch falsch habe ich solide gesagt so komme ich nicht drauf ich weiß das nicht aber jetzt aber ich weiß klar wollte schwert das ist schon mal vater und das einfachste modul da brauchst du einfach nur überlaufen ich habe ich habe zwei bügel für mich genau so aber eins ist richtig nervig ein modul das sind immer so zwei springen und du musst nach jedem sprung immer so eine angel und eine axt drei bügel für was brauche ich drei bügel ja so mit dreihändiger mutant mutant braucht das schon genau ich bin gleich weg gleich im zielkopf checkpoint schon bei 44 oh mein gott aber du kannst der aufholen ich bin gerade dann bin ich zu dumm zu springen nein ich habe noch ein bogen ja genau für was ich schaffe ich das jetzt nicht ich weiß das nicht bei welchem wo du bist du dann da sei es gleich vier hast du das ja das ist anstrengend so eine brustpanzer ein schwert das richtig gleich aus zum glück habe ich schon eine angel nein jetzt bin ich wieder mit bis runter gefallen das ist nicht so toll ich spiele auch manchmal mit einem freund und er tut einfach so oft welt quitten bei dem spiel modell einfach wenn er kein steinschwert hat gewitterte aus wieso einfach so ohne irgendeinen grund das war jetzt endlich modul 44 das war das mit dem ufo glaube ich genau wirklich ein wenig dumm bin ich aber sonst was möchtest du noch für projekte machen auf deinem kanal was ich machen möchte ich würde am liebsten einfach mal also ich nicht ich weiß nicht ob ich das jetzt auf dem kanal bringt oder einfach hoffland spiele ein paar freunden machen wir nämlich einen server passen zum star wars halt ok ich weiß nicht ob ich das aufnehmen auch gerade weil keiner von denen jetzt weiß dass ich wirklich youtube macht aber ganz gern würde ich auch irgendwas mal machen relativ vielen youtuber mal ja halt kleinen youtube wenn ja ungespielt und so wie ein pvp projekt oder pvp projekt ich weiß nicht ja entweder pvp projekt oder bauprojekt oder bau und pvp verschmolzen keine ahnung das ist das modul jetzt weiß ich wieder so ich bin modul acht was möchte eigentlich ja ich denke ich werde noch gegen ein anderes video format bringen wie mir formal 1 oder so ja und sonst ja rocket league ein bisschen ich noch nie gespielt hat das macht noch spaß ein steinschwert ich habe vier bogen vier ja ich habe jetzt auch zwei brauchen wir unbedingt unbedingt so modul 9 mein gott wie schnell bist du aber dann kann ich erst und habe noch drei minuten halb wieso bin ich jetzt alles gut oh mein gott modul 5 bin ich ja sonst eigentlich es ist es gibt möchte ich gern aufnehmen weil ich halt den ersten teil einmal dann und dann irgendwann einmal den zweiten vielleicht mein gott ich komme nicht auf diese scheiß stäbe nein so jetzt bin ich runter gefallen nein das kann ja nicht so schwer sein und halt die shift-taste modul 6 sehr gut modul 9 ist schwer sagt ja so weit komme ich sowieso nicht halt für mich jetzt aber ich bin schon wieder modul 9 und 76 prozent komisch tnt schwert schon wieder welche kümmlich mal ein wenig dass sich nicht drauf vergisst aber das mache ich immer gleich so vor so ja ja nicht vergessen schaßen oft drauf dann hast du gut ist er quick aber verlierst ja habe ich überhaupt eine angel toll nein du auch nicht doch ich schon mein gott ich kann das echt nicht und jetzt perfekt jetzt kommt der eine sprung perfekt 59 sekunden ah nein da bin ich falsch das modul will ich jetzt noch können ja das neunte würde ich auch gern schaffen aber ich schaffe es nicht und hier hoch hier runter sonst wo am land für das du gemacht und hat machst du eigentlich hast du schon versucht mit anderen youtuber außer mir jetzt will ein tag aufzunehmen hat kleiner youtube oder ja noch nicht groß nein du schon die jahr schon bei drei leuten jetzt einfach dass ich ein wenig was mit denen machen können okay ich habe nichts ich habe einfach nichts nichts naja ein steinschwert hast du aber aber ja du bist ich bin hinter dir achtung hier kommt eine ach tschuldigung lassen wir den was brauche ich brauche eine steinschwert hast du ich hatte einfach mal den ganzen müll da weg hier es kommt eine es kommt eine elektrische land der das ist die schutzzeit war schon wieder einer der gleiche lustig ich bin nicht hinter dir ja aber dann kommt bin dabei bin dabei ja habe ich nicht gespringt dort ich gehe in anderen weg ja aber siehst du okay kann man gewick achte hinter dir hinter dir hinter uns sagen wir mal so von beiden seiten achten du musst mich wussten ja scheiß wand muss schnell essen hinter mir ist keiner ich habe nichts mehr zu essen scheiß kommst du ja auch gar nichts zu messen ich bin hinter dir ich muss auch kurz was essen achten achten dann vier stück was shit habt denn ich nicht was habe schlagt denn oh mein gott wir halten das herz was habe ich da noch ein gutes hab's so da noch irgendwas wichtiges ach ein dir ich habe noch ein dir ja da kommt helfe ich hilfst du mir kurz ja von hinten kommt noch keiner den lasse ich jetzt ich habe ihn ich habe weg ich brauche zu essen kommt auch einer ach so essen ach du was kommt einer ja ich schneide den weg ab ich habe halt hälfte von den herzen nur noch ja ich auch ja ich habe kein essen da essen ich nehme es später wenn ich sterbe ich habe noch drei leben dann bin ich ja wieder voll wir haben eh noch alle drei leben achten ich sortiere aus da lauf ich jetzt nicht ich habe einen zaubertisch ich auch und look schauen jetzt muss ich schauen eins zwei drei blechert wie schön im büten ich habe die funk verkauft perfekt das ist das sind alles klar gehen wir auf die ja warte schnell ah du bist ja gar nicht da moment hinter dir wo bist du oh mein gott geh weg ich bin tot ich bin tot ich bin tot oh geh weg ach du weg geh weg geh weg oh ich bin tot egal das war jetzt traurig ah das musste sein aber wir haben beide ähm geh bekommen ja ich komm wieder ah weiter ah wo bist du fuck oh ich bin weggekommen nein 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 oh wo bist du du oh mein gott mein gott ich bin tot ich bin tot komplett nein Gott sei Dank nein nein ich komme nicht weg von denen ich komme ich komme warte ich komme wo bist du gespawnt ähm ich kenne die map nicht halt von den sachen da ich bin bei so zu sand jetzt bei einem gelben alter mit seiner roten skulptur ah da ist ein team und das kann ich nichts machen jetzt bin ich dort wo du das tnt geplant hast okay ich komme ach ach du von beiden seiten von beiden seiten von beiden seiten shit ich bin tot nein egal vielleicht bekommst du noch ich weiss nicht wo die komm ach du von ja das wird nein schaffe ich nicht mehr ja ja ah ich habe noch ein leben ah gut habe ich gerade gefragt so was mache ich jetzt da ist ein zweier team dort ist ein zweier team sind beides zweier teams geh 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 auf gut 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 vor hinten 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 ja das ist keine chance ach shit ja das war es na gut war auch eine gute runde ja ja ich hoffe euch hat es gefallen wenn euch schwarzerdeutsches gameplay auch gefällt dann schaut doch mal beim selux vorbei würde ich mal sagen ja so vielleicht ja das wäre ja schön ja sonst halt am mittwoch hochdeutsch ja genau und ja ich hoffe euch hat es gefallen lasst doch einen like da abo ja kommentar bitte eine konstruktive kritik und sonst ja bis zum nächsten mal ciao ciao perfekt ja 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 ja